Ich bin anzugreifen, als 2000 in Wolfsburg zu wollen, bei vielen internationalen Championaten, auch hier in Deutschland, mit dabei. 2012, zum Beispiel in Aachen, im vergangenen Jahr früher in Leipzig beim Weltkampf. Und 2012, mehrfach am Weltkampf teilgenommen, ist das erfolgreich, die vorderen Klassierungen. Es ist aber, einen neuen Führerzug aufzubauen, und ich war gestern in der Versur von dem Vorrang gelaufen, mit einem, mit diesem zweiten Band für den Stück. Weiter, geregelte Ergebnisse mit einem Rauch von 116,02 Punkte, mit dem Speck 148,066, Mischi-Miller 172,91, und Antony-Orgich 148,495. Nach dem Ort wird, macht Wölkstatt mit 110,52 Punkten. Aber, nachdem ich alles erinnere, nichts zu tun.